Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 6. Juli 2022, ihr Geek Talk Daily 1219. Heute mit den folgenden Themen, Konzert, Jeff Bezos, You, Neon, Bitmojis, EU, Post Finance und VW sowie Bosch. Ich starte gleich mit einem Konzert, und zwar das von Mary J. Blige. Vor kurzem wurde ein Konzert, und dann komme ich gleich auf die junge Dame zurück, von Lil Durk, keine Ahnung, wie man das ausspricht, den oder die, auf Apple Music live gestreamt. Das ist bei Mary J. Blige nicht der Fall. Das Konzert ist schon in trockenen Tüchern und in der Kiste, kommt ab 27. dieses Monats, also 27. Juli, dann auf dem Streaming-Dienst, also bei Apple Music zum Anhören, respektive zum Angucken. Wer also mag, kann da bald schon ein Live-Konzert miterleben, ohne dass sie sich da in diese Corona-Hölle von einem Stadion begibt. Weiter geht's mit Jeff Bezos und genauer gesagt mit der Reederei, welche in Rotterdam an der Luxusjacht vom Amazon-Gründer, oder, ja doch, Gründer ist er aber nicht mehr und schon wieder der Wecker, es tut mir leid, der ehemalige Amazon-Chef und Amazon-Gründer, so rum, jetzt passt's, der hat ja eine grosse Jacht bauen lassen, 127 Meter lang, ein Dreimast, und die Masten, oder die Mästen, was ist eigentlich die Mehrzahl von Mast? Ja, müsste ich mal googeln. Auf jeden Fall, die Dinger passen nicht unter dieser Brücke hindurch, und das ist ziemlich unschön, denn die Brücke ist schon sehr, sehr alt. Die Brücke wurde unter anderem nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgebaut, wurde im Jahre 2007, soviel es mir richtig im Kopf ist, nochmals generalüberholt, also restauriert, und damals hat man sich ausgesprochen, man werde die Brücke nie wieder abrupfen, und das wäre auch wirklich schade, weil es ist ein schönes, ja, ein schönes Brückenmodell, wenn man dann auf Brücken steht und solche Architektur mag, und es wäre wirklich schade, wenn man wegen so einem komischen Typen mit irgendwelchen lustigen Fantasien jetzt die Brücke abreissen müsste und später wieder aufbauen müsste, vor allem hätte das ja auf Kosten der Stadt da passieren sollen, und das darf es natürlich überhaupt nicht sein, nur wegen so einem lustigen Milliardär da draussen, der irgendwelche Ideen hat und da, aber lassen wir das Thema. Auf jeden Fall, die Reederei hat den Antrag des Brückenabbaus zurückgezogen, wie man jetzt das Schiff da rausbekommen will, keine Ahnung, werden wir vielleicht noch erfahren, es könnte aber auch Sommer sein und deshalb ein Loch, also ein Sommerloch-Thema, wie sovielfach. Bei you, ich bin nicht sicher, ob ich es in den letzten 1-2 Episoden gesagt habe, gibt es jetzt monatliche Kontenauszügen für all diejenigen, die die Schweizer Fintech-App nutzen, sehr, sehr praktisch, bekommt für alle Währungen, die ihr gehandelt habt und oder wo ihr Geld drauf habt auf dem einzelnen Konto, bekommt ihr natürlich separate Auszüge, sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Und auch da wieder mal einen zusätzlichen kleinen Hinweis auf das Gespräch, was ich mit dem CEO von you, mit Markus Schwab abführen dürfen, für all diejenigen, die es interessiert und oder die es im GeekDoc, dem grossen Mutterformat, vielleicht verpasst haben. Den Link zum Gespräch findet ihr wie immer in den Shownotes auf daily.geekdog.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Zu guter Letzt nochmals, oder nicht letzt, als nächstes Thema gibt es Neuigkeiten zu einem weiteren Fintech, auch wieder aus der Schweiz, Neon. Die passen die Negativzinsen an, übrigens bei you auch, auch bei Swissquote und noch ein paar anderen. Die Schweizer Nationalbank hat ja den Leitzins von 0,75 auf 0,25% angepasst und das geben jetzt die weiligen Banken auch an die Kunden weiter. Für den Fall, dass ihr nicht über 100'000 Währungseinheiten auf eurem entsprechenden Konto, was ich vorher genannt habe, betrifft euch das sowieso nicht, also vergesst es gleich wieder, ansonsten wisst ihr eh Bescheid. Mögt ihr euch erinnern, damals als Twitter diese NFT-Geschichte einführte für die Avatare. Achim, unser lieber Mid-Podcaster im Geekdog und ehemaliger Mid-Podcaster hier im Daily, hat ja so ein Teilchen, so ein NFC-Ape, irgendwas, nicht ein Quano-Ape, ja einfach so ein Affe. Das soll jetzt bald nicht mehr das Einzige sein. Neben den normalen Bildern, was man hochladen kann und eben diesen NFT-Zeugs, kann man in Zukunft auch die Sticker oder besser gesagt die Bitmojis von Snapchat mit einbinden. Da soll Twitter und Snapchat an einer gemeinsamen Plattform arbeiten, sprich die Möglichkeit des Austauschs der beiden. Ich bin schon mal sehr gespannt, wer mit Bitmoji nicht viel anfangen kann. Guckt mal in Podcatcher, wo ihr diesen Podcast hört, da habt ihr ja das Geekdog-Daily-Logo und meinen Kopf da drin. Das ist ein Bitmoji, das kommt von Snapchat drüben. Genau, das hat mir damals der Achim eingefügt bei sich und bei meiner Person. Dann gibt es Neuigkeiten von gestern, die aber einschneidend sind und oder sein werden. Das EU-Parlament hat im Sommer, wie so vielfach im Sommer, ein bisschen was durchgewenkt, nämlich die DMA, digitale Märkte, und die SA, digitale Dienste. Das wurde trotz schwerer Kritik durchgewunken mit einer grösseren Mehrheit, 539 Parlamentarier von 705, haben dazu Ja gestummen. Und jetzt dürfen wir sehen, was das bedeutet für den Standort Europa, wie die ganze Welt da mitzieht und was das schlussendlich dann für Möglichkeiten gibt und oder auch für ziemlich unschöne Geschichten. Aber ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Es hat ja auch gute Sachen da drin. Weiter geht es mit der PostFinance. Auch hier wieder eine Fintech-App. Ist heute ein bisschen Fintech-App-lastig. Da ist ein kleines Update in der App rausgefallen, das ich aber spannend finde. Normalerweise oder vielfach kennt man es in Apps, dass wenn man das Smartphone schüttelt, dass dann irgendwelche, oh, du hast einen Fehler entdeckt, ich mache einen Screenshot und das kannst du hier im Support melden. Das nervt mich immer, vor allem, wenn ich daran rumschüttel oder unbewusst daran rumschüttel. Die PostFinance hat das anders gemacht. Man kann es aktivieren, wenn man es dann möchte. Wenn man da jetzt schüttelt, nee, es wird kein Fehlerbericht erstellt, nee, es wird ausgelockt. Wer also am Schluss von seiner Nutzung der PostFinance-App sich ausloggen möchte und da nicht immer einen Knopf dazu suchen möchte, kann es in Zukunft schütteln. Man kann in der App sogar einstellen, wie stark das Schütteln sein muss, damit das Ausloggen stattfindet. Finde ich eine praktische Geschichte. Mal schauen, ob ich es dann auch wirklich nutze und oder schon wieder vergessen habe, wenn ich das nächste Mal drin bin. Neuigkeiten gibt es auch für Bosch und VW und das sind die letzten Neuigkeiten für heute. Die beiden dürfen jetzt weitermachen am autonomen Fahren. Da gab es kurzen Einspruch des Bundeskartellamts. Die haben es sich angeschaut, es passt jetzt aber wieder und somit dürfen die beiden an der Möglichkeit weiter forschen, respektive Tests durchführen. Es geht dabei um ein 360-Grad-Video-Protection-Software. Da geht es darum, dass Sensoren, das Kameras, dass alles Mögliche, was da rundherum so mit eingefahren werden kann, auch mit Radardaten etc., in der Software zusammenkommt, was dann eben in VW-Autos eingesetzt wird und oder auch in eingeschränkter Version bei anderen Herstellern. Bosch möchte das natürlich auch an andere Autohersteller verkaufen. Ich bin da mal sehr gespannt, weil VW ja sowieso gerade lustig unterwegs ist, wo das Ganze dann schlussendlich endet. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Wir hören uns bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.